Holz Bernhard, der vielseitige und moderne Holzbaubetrieb in Davos mit Zimmerei, Schreinerei, Küchenbau und Sägerei. Wir realisieren alle Ihre Holzbauwünsche zwischen Davos, Klosters und Tiefenkastel. Inhaber Hans Bernhard und 30 qualifizierte Mitarbeitende verarbeiten nur bestes und feinfaseriges Bündnerbergholz, das im Winter bei abnehmendem Mond geschlagen wurde, danach lange trocknete und deshalb schwundarm ist. Unsere Fachleute realisieren ihre Wünsche im traditionellen Strickbau, als moderner Elementbau oder mit dem patentierten Bausystem Holz 100 von Thoma. Mit CNC-gesteuerten Maschinen erstellen wir mit höchster Präzision Möbel, Parkett sowie Türen und Fenster im Minergie-Standard in der Kombination Holz-Metall und mit extra schlanken Rahmen, die viel Licht ins Haus bringen. Holz ist ein heute beliebtes und modernes Gestaltungselement, das besonders im Innenbereich für Behaglichkeit, Wärme und für ein gesundes Klima sorgt. Seit der Gründung vor 60 Jahren sind wir konsequent auf Qualität und Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Große Bedeutung hat bei uns die Verbindung von Idee, Ästhetik und Funktionalität. Wir führen das Label Holzgraubünden, wir bilden stets Lehrlinge aus und wir sind als fortschrittlicher Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Im Küchenstudio in Davos zeigen wir Ihnen die aktuellsten Trends von Pockenpol, der bekanntesten Küchenmarke der Welt, mit einer großen Auswahl an einzigartigen Materialien, Farben und Formen. Wir bauen aber auch individuelle Küchen, genau nach Ihren Wünschen und wir zeigen Ihnen eine große Auswahl an Parketten. Gerne beraten wir Sie persönlich, wir freuen uns auf Sie! Bernhard Holzbau – Wir bauen Ihre Wünsche mit Holz aus den Bündnerbergen.